Meine Mission ist es, die Sprache der Natur zu entschlüsseln. Und ich bin überzeugt, Natur ist intelligent. Es gibt eine Welt unter der Erde, voller Magie und Mysterien. Dort liegt das Bewusstsein über die Verbindung der Natur mit allem Lebendigen. Diese Pilze können dich heilen, ernähren und dich töten. Sie sind weder Gemüse noch Tier, sondern irgendetwas dazwischen. Sie fördern und transformieren Leben. Es liegen 500 Kilometer Pilzgeflecht unter jedem unserer Schritte. Und das auf der ganzen Welt. Der überwiegende Teil des Organismus wächst unterirdisch und besteht aus langen Hüfen, die das Mycel bilden. Dieses Netzwerk ähnelt dem Internet. Der Aufbau ist derselbe. Erstaunlich, was wir alles noch nicht über Pilze wissen. Man kann mit ihnen Wasser filtern, Medizin nach Bedarf herstellen. Sie haben eine unglaubliche Umwandlungskraft. Ich setze große Hoffnungen in sie. Bewusstseinserweiternde Pilze sind faszinierend. Als Therapeutin habe ich 350 Psilocybin-Sitzungen begleitet. Das Wunderbarste daran ist, ich fühle mich im Einklang mit dem Leben. Denn die Angst vorm Sterben ist weg. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in unserem Bewusstsein. Wie kriegen wir den hin? Wir können den Planeten heilen. Eine neue Zukunft aufbauen. Unsere Welt ist fantastisch. B see ya? B� bastante полез. Bis dann. Bis dann. Was da war.